Musik Die Gartenbaufirma Kreagärten ist ein innovativer Kleinbetrieb aus der Region Bern mit Standort in Bolligen. Wir planen und gestalten Gartenumänderungen, kleinere Neuanlagen und führen die Aufträge anschließend fachkompetent für sie aus. Unsere Dienstleistung umfasst die Arbeiten mit Natursteinen, Stahl, Beton und einer schönen standortgerechten Bepflanzung. Winterharte Exoten und andere Spezialitäten bieten wir im Verkauf an oder integrieren wir nach Wunsch passend in Ihre Gartengestaltung. Ihren Garten pflegen wir fachgerecht über das ganze Jahr. Vom Winterschnitt über die Rasen, Rabatten und Rosenpflege bis hin zum Vorbereiten auf den Winter mit Rückschnitt der Stauden und dem Entfernen von Lauben im Herbst. Praktisch dazu sind unsere Pflegeabonnamente, die Sie nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen können. Übergeben Sie uns die Pflege Ihres Gartens und wir kümmern uns professionell und gerne darum. Der Garten, ein Ort zum Entspannen. Eine Besonderheit ist unser Pauschalangebot für einen Schwimmteichservice. Dieser beinhaltet die Inbetriebnahme des Systems, Rückschnitt der Pflanzen, Reinigung des Skimmers, Pflanzendüngen mit einem Spezialdünger und Schlammabsaugen im Schwimmbereich. Auch bei allgemeinen Fragen rund um den Schwimmteich oder das Biotop sind wir für Sie da. Sie haben ein Feuchtbiotop in Ihrem Garten, das von Pflanzen zu stark überwachsen ist oder bei dem die Folie überaltert und nicht mehr dicht ist. Auch da helfen wir Ihnen gerne. Gerne beraten wir Sie persönlich oder unterbreiten Ihnen eine Offerte. Geben Sie Ihren Garten in unsere fachkundigen Hände. Ihr Kreagärtenteam Geben Sie Ihren Garten in unsere Kstroke�지